Ich bin wegen der geheimesten Nazi-Laboratorium. Ja, mit Sicherheit. Boah! Gell, schaut doch cool aus. Heiß! Crystal Meth ist das. Ist das wirklich? Ich weiß nicht, das schaut irgendwie nach... Steinmetze. Wolle ich da vor da? Wolle ich so blöd weg, gell? Ah, da haben sie die Experimente wahrscheinlich gemacht. Von Wallrider schon hier. Das ist ein Projekt. Wolle der Foder. Boah, das ist schon... Wolle aus. Jetzt... Ja, ist auch wirklich dein Jasper, den wir zwei Ketteile da anfinden. Im ganzen Spiel. Ja, haben sie einfach extrem gut gemacht. Das muss man schon sagen. Ja, aber was ist das da? Ja, Prolekt... Irgendein Projekt. Wallrider oder so. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendein Experiment oder so Scheiß. Spawn die da. Spawn die da. Weil sie sind aber grauslich zufrieden. Adamantium. Titanium. Boah. Block A. Boah, für gehe ich nicht okay. Irgendwelche Scheiße Experimente. Hallo? Oha. Oha. Kaffee, da hast du schon reisen. Da voll. Oha. 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 Feel what I want to get that? Is that right? Oha. Woah, what's Gar別? Oha, they are mine for trouble. Oha, �h to theaide yet. Ok... Projekt Wallrider... Blablablabla... Wallrider-Patientin... Hä? Ok... Ja, da geht's um... Harmontherapie... Blablabla... Ok... Wayne... Wayne interessiert sich, ich will hier noch rausmarschern... Exit... Delivery Exit... Ohne dass ich so ein Haufen rede... Gibt's ja keiner... Hier gibt's einen Ausgang? Nee! Ok... Ja, da will ich hin, verdammt... Naja... Nix muss ich hin, wahrscheinlich... Überall, viel zu viel Licht... Ja, das ist schon mal gut... Da ist nix... Jump... Die, die, die... Riederfahrer... Du wüsst nicht aussehen, ich merke das ganz genau... Geht nix... Endlich bist du wieder finst, ey... Der hab'n gefüllt, oder? Die Musik schon wieder so geschissen... Ah... Geht's? Uah... Was ist das? Was ist los? Ja, weiß ich nicht... Ja, lass ihn doch einmal... Ja, Alter, genau... Der hat mich gerade ab... ...bissen, oder was auch immer... Ja, Alter... Ja, der ist sicher nicht lässig... Ja, wie soll ich denn das denn mit mir... ...über... ...dizig auf der Erde... ...dizig auf der Erde... ...dizig auf der Erde... Ah... Oder geht das von Haus aus auf so aus... Ich weiß es nicht... Ja, Mauske... Ja... Fuck... Ok... Lauf, lauf, lauf! Ich kann auch nicht... Wieder... Nein... Ich kann nicht... Da kann ich gar nichts tun... Das ist gar das Kippt, oder so... Bitte geht's nicht... Zurück... Schau mal da mal... Nicht da hin... Falsche Richtung... Wir wollen ausgehen... Ja, ich glaube nicht, dass ich da rauskomme... ...wenn wir spielen in die Richtung schickt... Das wäre ja unlogisch... ...mein Freund... Ja... Ja, haben sie es zugemacht... Ich weiß nicht, ob das nicht so richtig ist... Es schaut so aus... ...schau her... ...das sind die Tiere... Ja... Es schaut aus... ...wie wir geschlossen haben... Ah... Ah... Nur noch vier, fünf Stunden... ...dann haben wir's... Ich will bald wirklich nicht mehr... Hey... Hahaha... Ja, jetzt... Es schaut eh schon nach Endgame aus... ...wenn wir schon in geheimen... ...wenn wir schon geschlossen sind... ...kann es nicht mehr so lange dauern... Hm... Da war ich noch nicht, oder? Nein... Doch, du warst da schon wieder dabei... Hau an... Hä? Ich weiß... Ich weiß... Ich sollte... Es ist eine 3D-Kamera... ...wenn ich das sagen... Billy... Na ja... Schöne Bibliothek hat er da... Wer ist der Billy? Ich weiß es nicht... Irgendwas hab ich über Billy schon gelesen... Irgendwas ist nicht dort, oder was? Kann ich sehen... Wer denn der Stephen Haupt kennen, oder was? Aha... Mhm... Aber durch psychosomatische Direktion... ...we engenierten... ...die Precise Moleküle, die notwendig sind... ...Mind... ...overbody... ...it war... ...foolisch... ...und falsch... ...wenn wir ihn kontrollieren... ...hahaha... 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 ...ha... 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 wieso gehst du in die Küche, wenn wir ins Hauptlabor werden. Ja, eine Küche ist sozusagen ein kleiner Labor. Warum heißt es ja Methamphetamin-Küche, ne? Ja, ja, das passt doch völlig. Wo bin ich jetzt hier? Ja, ja, ja. Alles klar. Du hast die Küche. Ok, da sind wir hier. Okay. Alles klar. Da wollen wir schon mal. Ja, und jetzt? Ja, das ist der Biele, aber wie so eine Küche. Der war gar nicht so. Ja Alter, was soll denn der Scheiß? Was macht der vor allem? Ich weiß nicht. Das noch mal. Okay. So, lass mal kurz drücken. Ja, wie soll ich bei dem Vorbeier bitte? Ich weiß es nicht. Wie soll ich eine Runde laufen oder was? Durch die Küche. Billig. Bissi Downbringer, bitte sehr. Bissi Downbringer, back on the pad. Da werden wir schon überall gehen. Billy User. Nein, Willi User Billy, oder? Oder so. Don't be silly. Ich denke mal, wir müssen den Billy jetzt umbringen. Und als Geist kann man nicht vorstellen, wir wüssten den killen. Ich glaube nicht, dass da irgendwo... Wie heißt es denn, die Ektoplasma strahlen oder so? Ektoplasma? Entschuldigung, wäre zu viele Ghostbusters. Ja. Genau. Nein, der hat die Fisch gelaufen. Lauf gerade. Nein, die kann ich. Der kommt in die rein und dann zerreißt sie dich. Ja, wenn der kommt, zurückgelaufen oder so. Ich überlege gerade, was war da? Eine kleine Küche. Ja, ja. Was willst du im Klo da? Glaubst du, dass er da nicht im Kanal oben fährt? Versteckt ihn von ihm vielleicht, wenn er kommt. Ein. In der Dusche, oder? Ja. Ja. Okay, der hat da schon gut durchgetraut, der Hund. Das ausschaut. Boah. Ja, ich würde sagen... Gehen wir da vier. Trägern wir ihn. Und dann verstecken sie da. Und dann links ums Ecke und dann kommt er eh wieder. Der Belly. Nee. Nee. Da kannst du dich verstecken dann. Sinds Kloschader sicher nicht. Sind wir von da gekommen? Ja. Nein, gerade. Ich kann mich nicht. Du rennst da irgendwie. Warte, warte, stopp! Stopp! Wenn wir jetzt da viergegangen kommen da, ja. Ich weiß nicht, was wir da machen. Haben wir recht? Einfach zurückrennen oder durchlaufen? Ja, jetzt hast du ihn getriggert. Ah, da oben! Schraub. Ah! So macht er das. Nein, du musst auf die Seite hin. Die dürfen ihn gar nicht kommen lassen. Weil aus der Sicht sind wir so gewesen. Ja, aber wie ist Lüftung? Gegen einen Geist haben sie, glaube ich, nicht einmal in eine Lüftung geschacht. Oder was auch immer das ist. Wie willst du denn das sonst managen? Einfach vier links, dann gleich rechts eine zur Lüftung geschacht und auf die Seite. Wo ist da eine Lüftung geschacht? Na rein, vier. Ganz vier. Ich habe da rechts rum einen Lüftung geschafft gesehen. Da haben wir gleich rechts... Nein, nein, links! Ehe zu ihm, da rechts eine, wo der Feierl ist, ist gleich. Gleich eine. Und da auf, links, siehst du da oben. Aber schnell, weil er kommt, ich glaube, jetzt. Tatsächlich. Ich glaube, ich muss jetzt den Tor. Oh, das ist ein Karpz. Oh, das ist ein Karpz. Oh, das ist ein Karpz. Oh, ich bin tot. Ah, das ist ein Karpz. Auf, auf, auf. Oh, das ist ein Karpz. Wow. Okay. Okay. Ich hoffe, der kommt doch nicht einer, weil... Einen in den morphogenischen Kammern oder so. Genau. Batterien brauchen wir ja keine mehr, also brauchen wir ja nicht mehr so. Alles zu. Okay. Fein. Und jetzt? Weiß und... Oh, ja. Haben alle tot, oder? Na, sehen wir, wer uns da steht. Blah! Wir müssen alle die im Saltungssystem, weil wir die im Saltungssystem. Da stehe ich auf, oder, oder, die im Saltungssystem. Ich brauche da immer... Okay, wenn es der Anästhetiker anrastet, hat er meine volle Augen schmerzen. Das Notfallsystem... Okay, da waren überall welche drin, sozusagen. Tod. Ich glaube, das ist mir der. Ja, das ist irgendein Zombie. Der der eine, der erlebt, das ist dann der Billy, oder? Schau dir den... Soll das der Billy sein, oder? Ich habe keine Ahnung, Mann. Und wenn wir müssen wir mal den E-Stelf vordrafen und so, wo ist man Sande? Da ist nix... Da muss drin sein und so, oder? Das ist unglaublich. Ich habe gesehen, wie der noch... Batterie... Ja, toll. Ha! Jetzt nur ein Fensterheit, oder? Ja! Irgendwas müsste ich mir anschauen. Ah, da geht's weiter. Live Support, okay. Ja, wenn der alle umbringt, wer kümmert sich dann um den Live Support, weil... Es kann ja nicht so sein, dass das immer ewig rinnt, oder? Und dann bringt er sich ja selber da rum, weil er nicht da geht. Hm... Gröber Kugelschreiber. Recording System. Fertig. Fertig. Ah, Batterie. Batterien kannst du ja nicht nur kommen. Was ist da jetzt drin gestalten? Prometheus. Ja, bla... Oh, genau. Okay, schneller. Ich glaube, jetzt haben wir ein bissl... vorgefressen gemacht. Generator. Oh, der Scheiss. Da kann er schon speichern in der Zwischenzeit. Krass, ich komm nicht mehr. Der f*** dich gerade jetzt. Raus da, raus! Lauf dem Geist davon! Okay, 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 versetzt, versetzt, versetzt. Da oben, da oben leichts. Das ist zu schön. Ja, das ist egal. Ich glaub nicht, dass ein Tiergeist aufholt, Alter. Du musst da durch, da durchfahren. Boah! Geht's? Auf dich gerade, oder? Ja. Äh... Stress! Raus schwattelt, ey! Unglaublich! Der Fahrrad da, Mann! Ja, danke! Sehr oft! Ja, das wurde man gesagt. Sie müssen mehr Sport treiben. Ja. Waaah! Ich hoffe das. Okay. Push. Door, Kamera. Ja. Ja. Steady! Sammer, Sammer, oder? Nein. Ja, woher? Ja. Der Hund läuft. Du, 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 du. Ja, das geht wieder raus. Hm. Hm. Wie sieht Downbringer in Action? Ja, ich glaub, wir sind jetzt eh durch den Strecke. Das heißt, ich bin wieder wahre Helden. Und dann läuft, und läuft, und läuft. Und läuft! Da fällt ihm einfach 15 Meter und er läuft noch wieder. Running Man! Da geht's schon ein bisschen ab, oder? Ja, und wo fliegen Geschäfte eine Scheibe aus? Weiß ich nicht! Da! Jawohl! Sterb! Du Sack! Au! Aber die Kamera läuft! Genau, die Kamera läuft! Und läuft! Und läuft! Und läuft! Hei, schau jetzt nicht an den Kanti! Der Bissige! So geht's nicht, das! Au! Jetzt schauen wir mal, ob die... Schau jetzt aus! So, ja! So, ja! So, das hätte ich fließbar! Au! 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 Das hat ihm aber nicht gut getan! Das ist ja hin, oder? Vorher! Jetzt ist er tot! So, wieder! Er hat mich gerade umgebracht in Geist, weil der Geist war der Billy! Oder? Ja, genau! Ah, Kamera! Kamera! Glaubst du, finden wir die Finger noch? Glaubst du, dass ein Pulitzerpreis gekriegt wird? Versuche zu entkommen! Das ist ja jetzt auch nicht der Scheiherst! So, wir müssen jetzt wieder in den dritten Stock! Und dafür... Einen Schlüssel für den dritten Stock! Den findest du im... ...fünften Untergang schon was! Was ist denn der Exit? Der kann gar nicht mehr gehen, oder? Ja, da wieder zurück, wo wir her sind, oder? Denk ich mir, da sind ja nur die Supportgeräte gewesen, wo du kennst, man! Ja, schau hin! Zum Glück hat die Kamera, der Spreit ist sogar das Vierkampf! Boah! Oder die Brünen! Und die Taschenlamm! Ja, ihr Ehen sogar! Das ist ein Multifunktionsgerät! Das ist ein Multifunktionsgerät! Franky-Fucking-Four-Fingers, ne? Schau grad schwindelig ist halt schon! Was tun wir jetzt? Stirbt der? Naja, der wankt ein wenig, aber... Der Fitt ist schon ein bisschen anders, gell? Ja, jetzt haben wir's geschafft, oder? Oder geht er drauf? Alter, allein mit Knochen oder Anstitzen, Alter! Boah! Ich glaub, das wird nichts mehr helfen! Kannst du da noch gehen, oder wie? Ja, ich geh eigentlich! Also der humpelt halt einfach, sozusagen, oder wie? Kämpfer Natur! Wahre Helden! So... Das ist wie in einem guten Actionfilm! Wenn der Held nicht komplett Blut überströmt, sich zum Schluss und humpelt! Genau! Ich glaub, dass er sich übernimmt, so wie mir das ausschaut! Naja, wobei, jetzt ist er wieder ein bisschen besser beieinander, wenn's grad ausgeht! Ah! Komm! Kämpfer! 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 Geil, hast du geschlafen! Nur noch ins dritte Stockwerk! Aber vorher im Keller! Na! Komm! Hoch! Hoch! Immer! Komm! Weiter! Immer! Na doch, wir haben's geschafft! Alter, was geht denn? So, ey! Scheiße! So, ey! Ja! Gott in Himmel! Du... ... hast dich geworden. Na! Jesus Gott! Was ist das Ding? Komm! 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 Okay! Na! Geil! Na ja! Wir sind froh! Ja! Also es ist zwar nicht so geredet, wie wir es uns vorgestellt haben und bei denen... Also... Ich... Ich hätte schon... Ich war ein paar... Man muss ja dazu sagen, wir haben für das ganze Projekt noch ein Bier gebraucht, ne? Nicht einmal! Ja ja! Aber dafür haben wir uns jetzt auf jeden Fall noch zwei zu entdecken! Auf jeden Fall! Für die Let's Play wäre besser gewesen! Naja! Nein! Was sagst du denn im Retrospektiv? Er war ganz lustig, oder? Also ich war zu verreden! Ja! Super gemacht, ja! Vor allem... Ich hab mich echt kurz knackig angeschissen, hab ich mich genug! Ich muss sagen... Alleine, sag ich jetzt mal, im Dunkeln, mit Kopfhörer, Alter 3, 1000 war nicht, sorry, geht gar nicht. Ich hab's echt gemerkt, wie schwitzig das Gamepad war. Nicht nur das Gamepad, oder? Darum warst du oft am Klo. Was für Lügengeschichten, dass wir verbreitet werden. Und das im Internet, was nie einmal im Internet war, geht nie wieder weg. Na ja, dann würde ich sagen, wir suchen uns das nächste. Ja, so ist es. Ja, dann bis bald, bye bye bye, tschüss. Super, einen Arm-Tag. Super, einen Arm-Tag. Super, einen Arm-Tag. Cool, cool. Super, Professore. Das ist ein Dornere, das ist ein Dornere. Das ist ein Dornere.